Um diesen Song zu komponieren, musste ich viel ausprobieren. Ich meine, ich will ja niemanden falsch angehen oder dass die Leute uns falsch verstehen. Es geht um alt werden, grantiger und spießer, ist das normal, wird man im Alter fieser. Können sich Kids später von mir anhören lassen, egal was sie tun, sie ihr Leben zerstören. Und dann fällt mir auf, im hohen Alter sind Frieden und Raum. Ich hoffe, ich werde niemals so sein und sinnlos Kinder entschreien. Bleib ich am Wochenende zu Hause, geh ich nur noch zum Arbeiten raus, weil materiell es mich so interessiert, dann ist es mir egal, was meinen Kindern passiert. Und dann wird mir bewusst, dass es beim Altwerden einen Trick geben muss. Ich hoffe, dass ich diesen Trick noch find und mit 40 noch denke wie ein Kind. Vielleicht hängt alles mit dem Job zusammen. Ich muss es finden, wo ich Spaß haben kann. Irgendwas, wo ich gern hinzugehe, dass ich morgens ohne Suizidbahn aufstehe. Ich hätte vorher nie gedacht, es könnte sein, dass Altwerden Spaß macht. Man muss nur offen für Neues sein und Kinder nicht anschreien, sondern verzeihen. Amen. 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 Amen.